Willkommen bei Ihrer bester Wahl. In diesem Video besprechen wir den besten Latex-Matratze. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Latex-Matratze, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5, Matrimaxx Natura Latex-Matratze. Diese gemischte Latex-Bett-Matratze besteht aus künstlichem und auch natürlichem Latex. Die Mischung dieser Wohn- oder Gewerbeimmobilien verursacht eine Prämie sowie gleichzeitig ein kostengünstiges Polster. Das Matrimaxx Natura Latex-Kissen wurde unter Verwendung des Dunlop-Verfahrens erzeugt und enthält eine Mischung aus 85% natürlichem Latex und auch künstlichem Latex. Dieser Rahmen bietet sein ausgezeichnetes Feuchtegesetz. Umzug auf Nummer 4, Yannis Super Komfort Latex-Matratze. Diese kombinierte Latex-Bett-Matratze besteht aus künstlichem und auch natürlichem Latex. Die Wohneigenschaften beider Materialien sind integriert und auch dies bringt außergewöhnlichen Komfort. Yannis Super Convenience Latex-Bett-Matratze wird im Dunlop-Verfahren verwendet und besteht aus ganz natürlichen und auch künstlichen Latex-Webinhalten. Dieser Rahmen ist eine gewisse Richtlinien für großen Lässe. Auf Platz 3, Ravensberger Latex-Ko Latex-Matratze. Das Ravensberger Latex-Ko Latex-Kissen begeistert mit seinen herausragenden Gebäuden und auch Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ganz natürliche Latex-Material in diesem Läschen hingegen wird stattdessen um 20% reduziert. Der Ravensberger Latex-Ko wurde unter Verwendung des Dunlop-Verfahrens entwickelt und hat auch eine Mischung aus 20% natürlichem Latex und auch künstlichem Latex. Dieser Rahmen macht ein bestimmtes Nässe-Gesetz. Umzug auf Nummer 2, Ravensberger Natur Latex-Ko Latex-Matratze. Die Ravensberger Natur Latex-Ko Latex-Bett-Matratze ist ein erstklassiges Däschen und auch aufgrund ihrer langen Lösungs-Lebensdauer sowie Garantie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis ebenfalls. Das hochwertige, natürliche Latex-Material dieser Bett-Matratze ergänzt zusätzlich die erstklassigen Wohnimmobilien. Das Ravensberger Natur Latex-Ko Latex-Kissen wird unter Verwendung des Dunlop-Verfahrens erzeugt und beinhaltet auch eine Kombination aus künstlichem Latex und 85% natürlichem Latex. Die daraus resultierenden Wohn- oder Gewerbeimmobilien führen zu einer ausgezeichneten Dämpfungspolitik. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, Casper Latex und Memory-Schaum. Das Schicht Eto Latex-Kissen integriert die Häuser beider Materialien durch sein Gerüst aus Latex sowie Schaumstoff und sorgt so für ein Kissen, das ein besonderes Ruhelebnis garantiert. Der 4-Schicht-Schaum-Mix mit stärkendem Basis-Schaum, vielseitigem Wechsel-Schaum, flexible Memory-Schaum sowie Latex-Schicht garantiert ein hervorragendes Restlebnis. Die offene Latex-Schicht führt zu einem ausgezeichneten Nässe-Transport sowie zur ausgezeichneter Atmungsaktivität. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.